Es gibt Neuigkeiten in Sachen Rammstein und Till Lindemann und wenn ihr die noch nicht kennt, dann hat das damit zu tun, dass die Medien völlig unterschiedliche Maßstäbe anlegen und damit auch wieder ihre Doppelmoral entlarven. Die Staatsanwaltschaft in Vilnius in Litauen, die hat jetzt endgültig entschieden, dass sie das Ermittlungsverfahren gegen den Till Lindemann, den Rammstein-Sänger, einstellt. Es ging ja um die Vorwürfe der jungen Irin, Shelby Lynn heißt sie, glaube ich, mit den vielen Piercings und Tätowierungen und zuerst hat ja schon die Polizei gesagt, da wird nicht ermittelt, dann hat die Shelby Lynn dagegen Beschwerde eingelegt, darum war jetzt die Staatsanwaltschaft eingeschaltet und die Staatsanwaltschaft hat jetzt gesagt, nach Anhörung von Zeugen und nach Sichtung aller Dokumente gibt es keine objektiven Tatsachenbeweise dafür, dass hier etwas strafrechtlich Relevantes vorliegt. Und jetzt sollte man meinen, wo wirklich jeder Unsinn, jeder Vorwurf, von wem auch immer ganz groß aufgebauscht wird, wurde in den Medien auch die Aufnahme von Ermittlungen in Berlin, dass man jetzt dann zumindest das auch großbringt. Nein, überhaupt nicht. Viele Medien haben überhaupt nichts dazu geschrieben und andere verstecken es irgendwo im Kleingedruckten unten auf der Seite oder hinten in der Papierausgabe, dass man es überhaupt nicht mitbekommt. Also das ist wirklich phänomenal. Es geht noch weiter. Der Anwalt von Lindemann, die haben jetzt einen Gutachter beauftragt, dass er diese Fotos analysiert, also diese ganzen Hämatome, Blutergüsse, die die Shelby Lynn auf ihrem Foto veröffentlicht hat, die hat das Ganze ins Rollen gebracht mit ihren Vorwürfen. Und der kommt zu dem Schluss, dass die nicht typisch seien für Fremdverletzungen, sondern eher typisch seien für Eigenverletzungen und auch noch zu dem Schluss, dass sie eben keinen Hinweis auf irgendwelche sexuellen Übergriffe geben. Die könne man auch nicht ausschließen, aber es sei eben nicht typisch. Nun kann man sagen, naja, ein Gutachten noch dazu von Lindemann bezahlt, ist das relevant. Naja, wenn ansonsten jeder Vorwurf relevant ist und man jeden Vorwurf breit bringt, dann das Gutachten sozusagen unter den Tisch zu werfen, wenn man das gegeneinander aufwiegt, dann ist es seltsam in meinen Augen. Es geht auch noch weiter. Die haben jetzt erstmals Akteneinsicht bekommen, die Anwälte von Lindemann, und da kam heraus, dass die Berliner Staatsanwaltschaft nicht ermittelt, weil irgendein vermeintliches Opferanzeige erstattet hätte. Nein, es waren die üblichen Denunzianten am Werk, es sind irgendwelche Dritten, die aufgrund von Internetberichten hier Anzeige erstatten. Was ich von solchen Charakterzügen halte, ist hinlänglich bekannt. Gut, wir sind ein Volk der Denunzianten. Um Gottes Willen, das Wort Volk darf man ja auch überhaupt nicht mehr benutzen. Was sind wir dann? Eine Gesellschaft von Denunzianten sind wir dann. Und das Letzte, was auch völlig unterging, dass jetzt schon zum Beispiel diese YouTuberin, die hier dieses große Video hatte über Lindemann, die ihn zwar selber zumindest nicht näher erlebt hat, aber ein ganz großes Video, sehr emotional, wo man auf den ersten Blick auch wirklich dachte, oh Gott, die Arme, wenn man es sich dann aber näher anschaut, denn die hat sich ja beklagt, sie sei da eingeladen worden als Sexobjekt, dann gibt es aber viele Fotos, wo sie sich wirklich selber als Sexobjekt in meinen Augen inszeniert. Naja, wenn man sich selber als Sexobjekt inszeniert, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass man auch als Sexobjekt dann irgendwo eingeladen wird. Aber lassen wir das beiseite. Die musste in zwei Punkten eine Unterlassungserklärung abgeben. Auch der Ringier Verlag in der Schweiz, der das Portal Blick betreibt, das ist so eine Art Schweizer Bild, der musste auch eine Unterlassungserklärung abgeben. Und gegen den Spiegel klagen die Anwälte von Lindemann jetzt. Also für mich diese völlig unterschiedliche Behandlung von Vorwürfen und Rechtfertigungen, diese Vorabverurteilung in meinen Augen gruselig, also dieses Moralisierende. Und man kann ja nun über das, was bekannt ist und was zweifelsfrei ist, also ein doch etwas merkwürdiges offenbar Sexualverhalten von Herrn Lindemann, das kann man ja moralisch beurteilen, wie man möchte. Aber es ist was anderes, wie man darüber berichtet und wie man das juristisch wertet. Und dieser mediale Scheiterhaufen vorab, den halte ich für sehr, sehr gefährlich. Und dann auch noch die Doppelmoral. Also wir haben in diesem Land ein massives Problem mit sexueller Gewalt, das auch sehr massiv von einer bestimmten Gruppe ausgeht. Ihr wisst, wen ich meine. Das ist aber ein Tabuthema. Also da sieht man keine Schlagzeilen. Das wird nicht zusammengefasst. Da wird nur in Einzelfällen berichtet. Und das ist aber etwas, was die Menschen betrifft. Das kann jeden treffen. Also wenn ich nicht zum Rammstein-Konzert gehe, ist die Gefahr, dass mir Till, bei mir ist die Gefahr ohnehin nicht, aber für eine Frau, dass ihr Till Lindemann auf der Straße über den Weg läuft und sie angrapscht oder dumm anmacht, die ist weitgehend gegen Null gehend, was das Ganze nicht relativieren soll, was auf den Konzerten passiert. Aber ihr wisst, was ich meine. Darüber wird ganz, ganz groß berichtet. Dass groß berichtet wird, ist okay, wenn es ohne Vorverurteilung wäre. Aber es muss doch dann auch über diese anderen Probleme, die so riesig sind, berichtet werden. Also auf der einen Seite haben wir hier diese Truck Greens, die vor Vierjährigen schon auftreten. Und auf der anderen Seite sind wir dann hier extrem, ja teilweise fast schon Brüde. Es ist irgendwie, ja Brüde ist es auch nicht. Aber da legen wir was ganz andere Maßstäbe an. Man kann das ja mit gutem Recht verurteilen, was bekannt ist inzwischen von Lindemann. Es ist ja völlig okay. Aber es wird mit zweierlei Maß gemessen. Ja, und das wollte ich jetzt einfach kurz bringen, weil wenn schon die großen Medien darüber schweigen, sollt ihr das wenigstens erfahren. Danke fürs Zuschauen. Wieder reinschauen. Like dalassen. Abonnieren. Wer kann unterstützen. Alles Gute. Danke. Tschau. Statt einem Witz gibt es heute im Nachspann eine Schlagzeile aus der BILD. Und da heißt es nämlich, also Berichte einer, ich glaube, also eines, einer, eines Mannes, von jemandem, den ich eher als Mann betrachten würde, der sich aber als Frau sieht. Und der sagt, Frauen mögen, ja, lest es, lest es hier. Und ich finde das wirklich erstaunlich. Und ich bin ja wirklich ein toleranter Mensch. Und ich sage, jeder kann jede Vorliebe haben, die er möchte, solange es nicht Kinder oder Tiere sind. Und alles, was Erwachsene im beiderseitigen Einverständnis machen, geht mich nichts an und ist okay. Aber ich will nicht ständig damit konfrontiert werden. Und ich komme ja nicht darum herum. Ich muss ja diese BILD lesen als Journalist, weil ich mich informieren will. Und, naja, also, ich finde das einfach, ja, es ist gacker. Und dann wundern die sich immer, dass die AfD so stark wird. Ja, das sind doch wieder ein paar Prozentpunkte für die AfD. Also, wie gesagt, das war heute der Witzersatz, auch wenn es eher traurig ist. Alles Gute, wieder reinschauen. Danke. Ciao. Ja, und etwas halt, hätte ich fast vergessen, gestern, warum das Video so spät kam, da hat mich Final Cut regelrecht verhöhnt, dieses Schnittprogramm von Apple, weil ich habe das wie immer von der Kamera importiert. Ganz normal konnte ich das schneiden, schneidet das eine Stunde und dann heißt es plötzlich, das kann nicht exportiert werden, weil es von der Kamera nicht importiert ist. Und nachträglich kann man aber nicht mehr importieren. Also, in meinen Augen, wahrscheinlich bin ich zu blöd, aber in meinen Augen ist das wie eine Verhöhnung durch die Programmierer, weil wenn ihr, wenn das nicht exportiert werden kann danach, dann ist es ja sinnlos, dass die mich schneiden lassen. Da müsste also eine Idiotensicherung drin sein. Vielleicht kennt jemand von euch diese Idiotensicherung. Also im schlimmsten Fall hätte man es dann auf dem Computer abspielen können und als Green-Aufnahme sozusagen bringen, aber das ist ja computertechnisches Mittelalter. Also die Welt ist voller Rätsel. Und wenn man alles allein macht, dann erlebt man von diesen Rätseln vielen. Und der Effekt war, dass ich gestern dann bis spät nach zwei wieder gearbeitet habe, weil ich nur alles nochmal neu schneiden musste. Und dann beim Neuenschneiden war noch ein Millimeter kleiner Fetzen von diesem alten nicht integrierten, nicht importierten Pfeil da, den ich bloß im Auge gar nicht sehen konnte. Und dann gab es wieder die Fehlermeldung, ich bin schon verrückt geworden, dachte, muss ich jetzt zum dritten Mal machen. Bin ich blöd oder was? Bin ich ohnehin. Aber habe ich jetzt wieder das nicht importierte verwendet? Nein, war alles okay, lag nur an diesem Schnipsel. Aber das ist Nervenkitzel am Abend, da braucht man kein Fußball mehr anschauen. Das ist der Vorteil bei dem Ganzen. Alles Gute, danke, ciao. Ja, und wenn ich zu schnell rede, ein paar Hinweise. Manchmal zügele ich ja mein aufbrausendes Temperament. Aktuell rede ich wie mir der, wie sagt man, mir fällt es auf Russisch ein, wie so, wie ich möchte. Alles Gute, danke, wie ein Wasserfall. Ciao. Bis zum nächsten Mal.